ein neuer Kampf wir haben noch sieben Sekunden damit willkommen zurück zum dritten Part von der Global Test Pants von ARMS wir haben jetzt einen common alien hier ähm vor uns gegen das mann santa-charakter by the way gegen die man jetzt hier irgendwo gehen müssen zu tummeln die immer glatt machen müssen wortwörtlich wie ich hier gerade sehe aber das ist geil und es muss wissen ihr merkt es gerade ich bin ewig das ist der dritte Part ich habe jetzt hier das sind voll oft gespielt hier das heißt von einer halben Stunde zwischen den Abends gespielt und ich kann es sagen ich bin verdammt normal zufrieden und gehypt mit der Seite die Nintendo hier wacht das ist geil wirklich also ich hätte es nicht gedacht das ist von ARMS wirklich so positiv überrasst wer werde wie ich es hier geworden bin aber wir werden trotzdem gewinnen auch wenn da mich jetzt gerade zeitartig mal wieder irgendwie probiert kalt zu machen haben wir jetzt kalt gemacht BAM this is something good das meiste ist wenn ich immer so schön diese Posen ja aber es ist geil es ist geil arms ist geil da kann man so viel sagen stufe 37 gegen stufe 1 wenn ich da jetzt verlieren sollte das ist palmless aber es werde dagegen nicht verlieren habe ich den Eindruck also hat es natürlich viel schöner an wenn ich so richtig ins Mikro rein stürme aber ich habe in der letzten Parton gesagt ich muss ein bisschen weiter wegsetzen weil es sonst die Zollkons am Ende im Fernseher rambe oder so weshalb es bisschen weiter weg hier sitzen muss das hilft nichts aber dann kommen wir so gestern für Brüle es einfach ein bisschen aber da geht es mir so dass ihr mich trotzdem fest geht so ab jetzt machen die einfach alles mögliche an ich hab noch nicht ganz irgendwie geschnallt wie man sich vorwärts wie wegen Seite will also übrigens ich hab auch nicht diese Handdings Laufe von der ich auch kein Pile auf wo die aktuell sind die habe ich bei mir BAM by the way die habe ich bei mir nicht aktuell rumliegen also die habe ich irgendwo rumliegen aber die habe ich nicht an ich mache es einfach so mit den Zollkons wie ihr sehen könnt weil die fallen mir nicht aus der Hand naja das tut doch nur ganz ehrlich ich bin hier weg also er ist weg besser gesagt und das passiert ja irgendwie nur tollpatzigen Kindern die so dumm sind einen Controller in den Hand zu halten so ungefähr ja ich weiß nicht ähm was haltet was haltet ihr bis jetzt so von abends ihr könntet da so 3 15 Minuten Party es war ja bis jetzt der dritte könntet ihr bis jetzt da schon sehen nach dem wird noch einer aufgenommen und ihr solltet auch um 20 Uhr die Global Test Feier gesehen haben weil ich dann also den um 20 Uhr das live weil ich das zwei pro Tag bringe konnte ich also ausrechnen wie lange das dauert ähm dementsprechend ich seh die diesem Party jetzt am Sonntag und da sollte ich am Samstag so den Live-Film gesehen haben Ben, den ich auch in verschiedene Party zusammenfassend hochladen werde dies ist mein Plan da sollte ich aber beim Livestream um 20 Uhr gestern mehr gesagt haben so weit zu meinen Amtsplänen es gibt da nix interessanteres als diese zu wissen heute kommt noch üblich ganz einfach wieder Zelda muss mal schauen wie es das ausgeht so BÄM wir machen K.O. so zumindest das Ziel jetzt haben wir hier irgendwie wieder 2 gegen 2 I don't know exactly what it is but I only know that it is cool und das ist mal wieder sehr geiles Deutsch aber wirklich wirklich ich muss sagen es ist geil es ist einfach nur geile Scheiße ist wirklich das Spiel macht so viel Spaß ich wollte behaupten es läuft so flüssig es sieht grafisch so schön aus gar keine WLAN Probleme es geht schnell es lebt nix das ist wirklich auch wenn ich gerade hier am vernippeln bin und gleich hier weg bin wie man hier sehen kann weil ich es gegen jemanden geschafft habe es war als es ist ein geiles Spiel Amts ist wirklich ein richtig geiles 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 Spiel Respekt attento ich bin auf jeden Fall ein Käufer und führe immer noch finde ich korrekt ich fühle immer so einen Punkt ich fühle immer so einen Punkt besser als diese BigTuner die ich wo hier sieht eingeblendet geblinkt wird im Kreis ne die macht mir noch ein bisschen Konkurrenzen gegen die hab ich noch irgendwie ein bisschen Angst aber okay aber mein Charakter finde ich es ist geil oh Gott wir sind wieder zu dritt ey diese Dreierkämpfe also die Dreierkämpfe mag es nicht so also ne die mag es nicht so die mag es gar nicht aber es wird es irgendwann auch so gleich mal mit dem Pro Controller ausprobieren müssen wobei das halt S wie gesagt einfach nur wirklich das Mann ist weil es geht ja gerade um die Erwägungssteuerung und die wird man halt erst so richtig selber mit dem Zollkorn rumwuchtelt kann man die halt einfach erst so richtig spüren mit dem Expressen finde ich einfach ja sinnlos es mit dem Pro Controller so machen das bewusst die beiden erstmal irgendwie gezielt gegeneinander kämpfen und das ist mich danach gegen den letzten widmen kann ohne dann nur noch total wenig Power zu haben ne so wie jetzt hier zum Beispiel das dürfte jetzt ungefähr Gleis geräst sein und das kommt jetzt hier wirklich oh Gott der mit der macht mis oh nein ich mach ihn kalt ah aber also mit Kontrolle die ganze Zeit rum so wedel das ist ja auch doch ein Sport mehr oder weniger aber es ist eben genau die Bewegungssteuerung die das Spiel so geil macht deshalb ist aktuell so gehypt wenn wir nicht das Spiel hier ne ich bin da sonst kaum so gehypt drauf ey aber es ist wirklich so die Bewegungssteuerung das Spiel das macht erst Bock und ich hätte ich hab nicht mit so einer geilen Zeit gerästnet ich bin wirklich potenzieller Käufer vom Spiel ich werde es mir jetzt bald vorbestellen sobald es geht bei meinem örtlichen Mediamarkt oder Saturn nice und ich werde jetzt auch alle Schlotz der Testfeuer spielen die es nur gibt habt ihr jetzt das heißt auch die 82 wo ich den ersten aus meiner eigenen inkompetent verpasst habe aber ich sehe doch mal ich werde auch alle ähm was sein ist irgendwie ha oh aber das ist jetzt ein Team Volleyball Match das ist praktisch auch wenn ich selbst inkompetent dafür bin ich sagen wollen die beiden die gut in der Schule die merkt das dass ich meine bisschen zu inkompetenten habe weil lebt ihr freundlicherweise nein bam bam und hier konnte wir echt noch gewinnen hier ist halt einfach what what so ist alles offen bam ich konnte jetzt mussten wir halt am besten ein Heimscore machen wir wir nein damit wir haben verloren oh ich kann ja auch nicht ziehen lol das feuer ist gerade einfach erst geil mit sowas sind wir noch mal zufrieden hat man zieht den Volleyball naja ja weil die beiden findest du es am lustigsten ich fühle mich am Anfang besser als die Big Tuna lustig ne die macht jetzt vierer Kampf und dann muss man es hauen aber wir machen auch vierer Kampf und ich bin gegen die Big Tuna so meine Gefahr tut es jetzt bestätigen oder irgendwie so ich bin gespannt wie das wird na so wir machen probieren wollen sind geil was immer das für ein deutsch ist ich stürze mich auf die Big Tuna ich möchte die jetzt wirklich als erstes aushalten die habe ich ein bisschen zu oft den Zeiger also nicht so ein kleines bisschen die hat mich sichtbar auch auf dem Zeiger aber die möchte ich jetzt erst kalt machen weil die kann was das sehen wir hier leider auch so schön bam aber das sind diese Sachen die es nun mal braucht und auch wenn ich gerade bei der Blatt gemacht worden bin machen wir die Big Tuna Blatt und das ist bam Digga K.O. es hat sich K.O. auf Wiedersehen mit Tuna auf nie mal Wiedersehen in den einen Punkt weniger als es ich werde jetzt viel besser okay ich bin 49 ah das wird die ärgern sie ist 46 und ich bin quasi 50 Punkte und bin der Beste hier gerade da fühle ich mich nicht ansonsten einfach gerade es gehe hyped und ich bin wo gelandet Alter okay ja gut wobei jetzt jeder gewinnen wird weil die gegen Leute gegen eine Spiel wo es zwei sind ich habe jetzt wieder Gruppen mit rein also den Aufbau ja ich glaube hier ist jetzt das oh Gott hier haben wir zwei mal mehr oder weniger an seinem Gegner gegeneinander und der ist halt deutlich besser sein wie es na diesmal werde ich es verrecken der hat es auf mich abgesehen oder wie alles klar was war das mein Ding ist es ist ein Monster mein Charakter schauen wir mal wie andere damit spielen können wie der den umlegt den Kampf schauen wir uns jetzt mal bewusst fertig an weil mich interessiert ist wie das ausgeht und das ist ja quasi live Gameplay wo die spielen wo wir jetzt hier zu schauen also echt echt interessant wie die Brotation das Mikro nur was ich gerade weggesetzt habe was ich sagen wollte weil jetzt habe ich ja gerade nicht die Kontrolle damit der es gegen die Bildschirm fuchteln könnte es ist echt echt interessant das Spiel ist super super geil und ich bin echt optimistisch und ich finde es gut dass der kleine gewonnen hat der hat es einen großen gezeigt dass die Brot auf mich losgegangen ist ich bin jetzt nur 50 aber bis zuerst 40 jetzt ist es wieder dasselbe ich bin um einen besser ey okay das war der Kampf okay gar keine Probleme finde ich lustig wir machen aber sowas so ne 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 oh Gott Volleyball ich bin Volleyball nicht gut aber es ist trotzdem geil irgendwie auch wenn ich nix mit Volleyball so wirklich am Hut hab wir haben das Hulen die guten Volleyball das könnte mir jetzt erst im Verhängnis werden und ich bin einfach mal random auf meiner Seite nee klar so das war ich gerade viel aus krass da gegen die Wand so ungefähr was war das so äh Volleyball gast bis ans dem Ende sorry aber ich mag kein Volleyball ich werd Volleyball auch nie mögen da gibt's so die versiedensten Storys die ich euch zu Volleyballersielen erzählen könnte aber ich mag Volleyball jetzt so immer an einem Punkt das ist mehr als es in der Schule realistischerweise in Volleyball bekommen könnte denn es pressen auch meine Sportnoten in Volleyball und das tut meine Sportnoten die man pressen auch runterlaufen aber gar nicht was das diesmal bin ich nur ein Punkt weniger das war's das letzte Mal auch und davor war es sogar mal unziehen oder so das heißt es ist sogar eigenes Rest Gleis 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 gültig so aber jetzt hat die mich überholt da bin ich mir sicher ne ich hab 56 what und die andere ist raus find ich cool ne BigToon hat 50 und hat 56 woher ist auf einmal 56 Punkte find ich nice das hat für nach die 100 so ungefähr na gut das glaub ich nicht aber vielleicht über die nächsten Slots her aber ich find das einfach echt geil ich find abends geil nächster Kampf nächster Part macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal